Hallo YouTube! Und das fünfte Türchen des V-Lens-Kalender öffnet sich und heute verbirgt sich dahinter ein niegelneiger neuer Amazon Echo Dot. Das hier ist die dritte Generation, selbst gekauft und ja, also das ist heute drin. Falls ihr jemanden zum Reden braucht, falls ihr Alexa immer schon ausprobieren wolltet, falls ihr noch einen braucht für euer 27. Zimmer zu Hause. Also, wie gesagt, der ist heute im V-Lens-Kalender drin. Alle Infos zu der ganzen Aktion, hier oben gibt es den Link zum Erklärbär-Video und ansonsten, das soll es auch schon gewesen sein. Heut euch einen schönen Tag, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!